Haben Sie auch langsam genug von Deutschland? Möchten Sie vielleicht irgendwann weniger Steuern zahlen? Oder vielleicht wollen Sie gar ganz und gar Deutschland den Rücken kehren? Dann ist dieses Video genau für Sie. Bleiben Sie dran. Ich nehme Sie heute mit auf eine Reise nach Zypern. Zypern ist nicht weit von Deutschland. Wir haben hier Deutschland, hier ist Zypern. Es sind ungefähr drei Flugstunden, also es ist keine große Entfernung auf der Landkarte. Zypern hat viele Vorteile, aber auch einige Nachteile. Auf die Vor- und Nachteile komme ich am Ende des Videos zu sprechen und auch auf die steuerlichen Vorteile. Mein Name ist Jutta Martin und dieses Video entstand auf Wunsch mehrerer Zuschauer. Bleiben Sie dran. Als Rentner auf Zypern leben. Schauen wir uns mal die Einreise an. Also bevor man sich überhaupt mit den Gedanken des Auswanderns beschäftigt, sollte man eine längere Zeit auf der Insel verbracht haben. Denn nur so kann man feststellen, ob es für einen passt und in welchem Ort man sich vor allen Dingen niederlassen möchte. Zypern, also offiziell Republik Zypern, mit der Hauptstadt Nicosia, ist seit 2004 Vollmitglied der EU und aus politischer Sicht betrachtet eines der sichersten Staaten der Welt. Also die Kriminalität ist sehr gering. Die moderne Infrastruktur, steigende Wirtschaftsdaten und eine einzigartig vorteilhafte Steuergesetzgebung haben in den letzten Jahren für eine hohe Zuwanderung gesorgt. Ja, auf die Steuergesetzgebung komme ich am Ende des Videos zurück. Zur Einreise genügt ein gültiges Reisedokument wie der Personalausweis oder Reisepass. Als Rentner und Staatsangehöriger eines EU-Mitgliedstaates wird Ihnen das Aufenthaltsrecht gewährt. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Ein Visum benötigt man nicht, aber eine Aufenthaltsgenehmigung. 90 Tage können Sie ohne Aufenthaltsgenehmigung sich auf Zypern niederlassen. Man muss sich mindestens 60 Tage auf Zypern aufhalten, um einen Wohnsitz anerkannt zu bekommen. Die 60 Tage, die müssen nicht am Stück sein. Also der Einreisetag zählt als auf Zypern verbracht, der Abreisetag aber nicht mehr. Ja, und die 60 Tage, die muss man in einer Wohnung verbringen. Also Hotelaufenthalt zählt nicht. Und dann darf man nicht mehr als 183 Tage in einem anderen Land verbringen. Also insgesamt ist die Einreise unkompliziert und eine Einreise nach Zypern ist auch in Corona-Zeiten möglich. Schauen wir uns die Lebenshaltungskosten an. Also Zypern ist in dieser Hinsicht wirklich kein Billigland. Wer denkt, dass man mit 1000 Euro im Monat leben kann, muss sich sehr einschränken. Es ist machbar, aber wie gesagt, man muss sich sehr einschränken. Die Mieten sind in den Großstädten und Strandnähe definitiv teurer als in den kleineren Ortschaften oder eben etwas abseits vom Strand. Die Wohnungen werden in der Regel möbliert vermietet und manchmal gibt es auch einen Pool dazu. Elektronik ist generell teurer als auf dem europäischen Festland. Obst und Gemüse, also die einheimischen Produkte wie Wassermelonen, Datteln, Feigen, Bananen, Mandarinen, Kartoffeln, Oliventrauben, Orangen und Gräbfroh, die eben aus eigenem Anbau sind, die sind auf den lokalen Märkten günstiger als bei uns und auch günstiger als im Supermarkt. Also 300 bis 400 Euro muss man schon für Lebensmittel und Haushaltschemie im Monat für zwei Personen einkalkulieren. Dazu kommen dann eben Miete und Nebenkosten und das Geld für individuelle Wünsche. Ja, es gibt auch zahlreiche Supermärkte auf Zypern, unter anderem auch Lidl. Strom-, Gas- und Ölkosten sowie Internet- und Mobilfunkpreise sind etwas teurer als bei uns. Also wer gut zu zweit auf Zypern leben möchte, der sollte schon so 2000, besser 3000 Euro zur Verfügung haben. Wie ist das Klima auf Zypern? Also Zypern ist ja ein Inselstaat im östlichen Mittelmeer mit einem warmen, mediterranen Klima. Dennoch kann man aber auch auf Zypern Ski fahren. Ja, das geht. Die Berge machen es möglich. Mediterrane Wälder beinhalten eine vielfältige Pflanzengemeinschaft. Die Winter sind mild und die Sommer trocken und warm bis heiß. Schnee gibt es nur im Gebirge und die durchschnittliche Jahrestemperatur an der Küste beträgt 24 Grad am Tag und 14 Grad in der Nacht. Regen gibt es meist nur im Winter. Ja, dann gibt es über 300 Sonnentage im Jahr. Ich habe auch schon von 340 Sonnentagen im Jahr gelesen, aber sagen wir mal über 300 Sonnentage im Jahr und eine einzigartige Flora und Fauna locken jährlich mehr als 2 Millionen Touristen an. Das ist natürlich eine ganze Menge für diese kleine Insel. Die Renten, also Ruhegehälter, Renten und ähnliche Vergütungen werden in voller Höhe weiter überwiesen. Wie ist das mit der Krankenversicherung? Das Gesundheitswesen wird durch Sozialversicherungsabgaben finanziert. Das bedeutet, dass alle, die auf der Insel arbeiten, also egal ob Einheimische oder Ausländer, müssen Beiträge zur Gesundheitsversorgung leisten. Eine gesetzliche Krankenkasse, die nennt sich GESI, gibt es erst seit 2019. Und deshalb weichen die Leistungen auch stark vom deutschen Gesundheitssystem ab. Es gibt staatliche Gesundheitszentren und private Kliniken und Hospitale. Ein einheitliches Gesundheitssystem gibt es auf Zypern nicht. Kostenlose und steuerfinanzierte Gesundheitsversorgung bekommen nur sozial benachteiligte Personen. Ja, und ab einem bestimmten Einkommen müssen 50 Prozent der Kosten selbst getragen werden. Die europäische Krankenversichertenkarte, die gilt nur für den Urlaub und auch nur für notwendige Behandlungen. Haben Sie eine private Krankenversicherung, können Sie diese auch auf Zypern nutzen. Allerdings ist es ratsam, über einen Wechsel zu einem zypriotischen Anbieter nachzudenken, denn in der Regel sind diese kostengünstiger. Es gibt also vollwertige internationale Auslandskrankenversicherungen, die auch empfohlen werden. Damit ist man auf Zypern und auch weltweit abgesichert. Ja, viele nutzen ja auch Zypern als Sprungbrett in andere Länder und deswegen auf Zypern und weltweit abgesichert, krankenversicherungsmäßig. Informieren Sie sich vor dem Auswandern zu Ihrem Krankenversicherungsschutz. Ich stelle Ihnen da auch mal einen Link unter dem Video zur Verfügung. Wie sieht es mit der Sprache aus? Also die gleichberechtigten Amtssprachen sind Griechisch und Türkisch. Es gibt dann noch einen eigenen neugriechischen Dialekt, das Zypriotische Griechisch. Und da Zypern mal eine englische Kolonie war, sprechen viele auch Englisch. Also Englisch ist noch ein Erbe aus der Kolonialzeit und wird als Bildungs- und Verkehrssprache gesprochen. Wer also Englisch kann, hat auf der Insel keine Probleme. Was sind beliebte Orte? Also beliebte Orte auf der Insel sind Libasol, Dicosia, Lanahaka, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Parfos und Strowolos. Manche bevorzugen aber auch kleine Bergdörfer. Welche Vorteile hat es, wenn man auf Zypern lebt? Also an erster Stelle steht natürlich das Wetter. Es gibt über 300 Sonnentage, das habe ich schon erwähnt. Und viele Menschen fühlen sich einfach bei Sonne wohler und sind dadurch auch glücklicher. Badewetter hat man in der Regel von März bis August. Ja, und die Menschen, die sind entspannt, freundlich und haben es nicht eilig. Also genau das Gegenteil von den Menschen in Deutschland. Da Zypern zur EU gehört, kann man ganz unkompliziert einwandern. Das habe ich auch schon erwähnt. Und der Bürokratieaufwand ist geringer als in Deutschland. Ja, wenn es Vorteile gibt, gibt es natürlich auch Nachteile. Und Nachteile, ja, also aufgrund der geringen Fläche gibt es auf Zypern keinen Bahnverkehr und keine Inlandsflugverbindung. Aber Autobahnen sind vorhanden. Also die öffentlichen Verkehrsmittel sind nicht so ausgebaut. Busverbindungen sind gut, aber mit einer sehr geringen Fahrdichte. Wenn man etwas ruhiger auf Zypern wohnt, benötigt man schon ein Auto. Ja, man muss eben bedenken, dass man auf einer Insel lebt. Und das bedeutet, dass zum Beispiel online bestellte Produkte durchaus zwei bis drei Wochen brauchen, ehe sie auf dem Postweg auf der Insel ankommen. Da sind wir hier schon ganz schön verwöhnt in Deutschland. Denn wenn ich heute bei Amazon bestelle, habe ich es morgen schon. Das geht natürlich auf Zypern nicht. Das dritte ist der dritte Nachteil. Naja, die Menschen sind eben sehr entspannt und relaxed und haben es dann mit der Pünktlichkeit oft nicht so genau, wie wir es aus Deutschland kennen. Also bestellt man zum Beispiel einen Handwerker zu einer bestimmten Uhrzeit, kann es schon vorkommen, dass er durchaus mehrere Stunden später kommt. Der vierte Nachteil. Bankkonten auf Zypern haben eine sehr hohe Gebühr und sind von daher eher nicht zu empfehlen. Versuchen Sie es einfach mit Ihrem deutschen Bankkonto. Gehen Sie zu, dass Sie dieses behalten können. Ja, und der fünfte Nachteil. Die Qualität der Bauweise inklusive der Isolierung ist eben nicht so gut, wie wir es aus Deutschland kennen. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Punkt der Steuern. Ja, Zypern ist ein Niedrigsteuerland und im Jahr 2002 wurde ein wirtschaftsfreundliches Steuersystem mit einem Unternehmersteuersatz von 12,5 Prozent eingeführt. Also das ist einer der tiefsten Unternehmersteuersätze der EU. Das ist das, was bei uns eben die Körperschaftssteuer ist. Zypern hat mit über 40 Ländern Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen, darunter auch mit Deutschland, der Schweiz und Österreich. Aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Zypern und Deutschland unterliegt die Besteuerung der deutschen Rente nur dem zypriotischen Steuerwesen. Also die auf Rente erhobene Einkommenssteuer ist sehr gering. Sind Sie allerdings verheiratet, werden die Bezüge des Ehepartners separat besteuert. Die Pensionen werden weiterhin in Deutschland besteuert. Beziehen Sie Ihre Rente auf Zypern, wird die Steuer nach zwei Besteuerungssystemen berechnet. Bis 3.400 Euro ist Ihr Einkommen von der Steuer befreit und alles, was darüber liegt, wird mit 5% versteuert. Nehmen wir mal ein Beispiel. Sie haben 20.000 Euro Bruttojahresrente. Davon sind 3.400 Euro steuerfrei und auf die restlichen 16.600 Euro werden 5% Steuern berechnet. Das sind insgesamt 830 Euro Steuern. Pensionen werden weiter in Deutschland besteuert. Das habe ich schon erwähnt. Wenn Sie sich weiter oder näher informieren wollen, rufen Sie die Seite des Bundesfinanzministeriums auf. Da finden Sie zu jedem Land die Doppelbesteuerungsabkommen und weitere Informationen. Wenn Sie Ihren Ruhestand auf Zypern verbringen möchten, sollten Sie sich professionelle Beratung sowohl von einem Steuerberater in Deutschland als auch auf Zypern holen. Also genauere Informationen zur Besteuerung und zu den Steuersätzen kann Ihnen auch das Bundesfinanzministerium geben. Den Link sehen Sie hier auf dieser Folie. Unter Bundesfinanzministerium finden Sie auch das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Zypern zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen. Manche möchten das immer gerne genauer nachlesen. Das ist geregelt im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011, Teil 2, Nummer 28, ausgegeben zu Bonn am 7. November 2011. Im Artikel 17 sind die Ruhe, Gehälter, Renten und ähnliche Vergütungen geregelt und im Artikel 18 alles, was zum öffentlichen Dienst gehört. Wenn Sie sich mehr als 183 Tage innerhalb eines Jahres auf Zypern aufhalten, unterliegen Sie also mit Ihrem gesamten Welteinkommen der Steuerpflicht in Zypern. Haben Sie hohe Kapitaleinkünfte, die Sie in Deutschland versteuern müssen, ist Zypern für Sie das Steuerparadies. Sie können einen sogenannten Non-Dom-Status beantragen, der für 17 Jahre gültig ist. Dazu muss man einen regulären Wohnsitz auf Zypern haben. Das kann man nachweisen mit einem Mietvertrag für mindestens 12 Monate oder man kauft sich eben eine eigene Immobilie. Auf 17 Jahre gerechnet ist das durchaus akzeptabel. Außerdem benötigt man einen wirtschaftlichen Bezug zu Zypern. Da Sie als Rentner sehr wahrscheinlich nicht als Arbeitnehmer tätig sein werden, müssen Sie steuerlich registriert sein oder die andere Alternative, Geschäftsführer einer eigenen Gesellschaft, auf Zypern sein. Also das machen ganz viele, eine Limited auf Zypern gründen, viele, die Online-Geschäfte machen und auch andere. Und außerdem darf man nicht zypriotischer Abstammung sein, um diesen Non-Dom-Status zu bekommen. Wenn man dann diesen Anspruch auf den Non-Dom-Status hat, zahlt man eben 17 Jahre keine Steuern auf Gewinnausschüttungen, Zinsen und die meisten Kapitaleinkünfte, egal ob diese aus Zypern oder dem Ausland stammen. Lediglich eine Gesundheitsabgabe von 2,65 Prozent muss man auf diese Gewinne leisten, aber bis maximal 180.000 Euro. Also das wäre maximal, diese Gesundheitsabgabe maximal 4.770 Euro. Es gibt örtliche Steuerberater, wichtige Infos findet man auch im Internet. Ja, also unterm Strich gesehen, vermögende Personen und Rentner können auf Zypern legal Steuern sparen.